So, das dann im Arm mit. Bisschen Kohle. Eigentlich sollte er zuerst die Spitzöcke aufbrochen. Halt. Moment, warte mal. Das ist ja die gute Frage, die ich mir stelle. Kommst du mal kurz her? Ich hätte hier noch ein bisschen Eisen. Oder? Ich weiß nicht, wie viel es ist. Warte mal, das sind auch noch... Ne, vergesse, es sind nur vier Blöcke gewesen. Nicht der Rede wert. Bei unserer Absturzstelle quasi. Ah ja, ich bin hier nicht her. Sammeln wir da einfach mal alles, was wir hier kriegen können, weil es wäre schön, wenn wir zumindest insgesamt acht Eisen mal ein bisschen zusammenkriegen, dass wir uns einen Eisen... Die acht Eisner haben wir da oben. Dass wir nämlich uns einen Eisenofen bauen können. Wobei da brauchen wir, glaube ich, sogar plus fünf, wenn ich mich recht entsinne. Weil dann können wir nämlich da relativ mit deutlich weniger Kohle und höherer Geschwindigkeit des Zeugs nämlich durchjubeln. Hier war unser Loch. Ach doch, hier in der Wand einfach. Ja gut, dann... Machen wir den da noch weg. Weil das ist erz, erz, erz. So. Wo bist du schon wieder? Was machst du da schon wieder? Ähm... Ich habe noch was gesehen. Also. Nehmen was. Aber jetzt komme ich. Äh. Ich will wieder einen Pfeil im Hut stecken. Äh. Da war noch irgendwas falsch. So. Jetzt geht's, oder? Ja. Ja. So. Und jetzt alle mal wegschauen, denen es leicht schwindelig wird. Buhuah. Oh, um Gottes Willen. Hier, hörst du das? Wo? Irgendwo Lava. Ich höre es gerade im Moment nicht. Ach, hier ist es. Komm zu mir, dann hörst du es. Jetzt höre ich es, ja. Ich will nicht rein plumpsen. Mhm. Und nicht überschüttet werden damit, ja. Ich glaube, über uns ist es nicht, weil da fängt ja schon der Sand an. Ja. Ja. Mir wird es lauter. Okay. Ich hätte aber auch ein bisschen mehr nach rechts noch getippt. Hier muss es irgendwo sein. Blubert ja hier schon. Vorsicht, nimm mal das Eisen da erstmal raus. Bevor es gleich weg ist. Das blubbert ja hier. Das blubbert ja hier aber gewaltig. Ich will jetzt nur nicht mit drungen halten. Es tropft von oben. Warte ich es. Ja, dann. Genau, über dir. Nicht gut. Ah, bist du des Wahnsinns? Der buddelt hier einfach nach oben. Ich habe es gefunden. Okay. Ah, hier ist ein schöner See. Kann ich den über mir da weg machen? Ja, ne? Ja, ja. Gut. Ja, das ist ein schöner See. Da gebe ich dir recht. Äh, ich stehe in den Treffen. Denk ich in den Treffen. Mist. So, jetzt aber. Weißt du was? Den legen wir einfach mal frei hier. Äh, ist das in der Mitte Sand? Das sind so noch. Ja, ja, da drüber ist irgendwo Sand. Also am besten nichts mehr buddeln. Hübsche Wink. Jetzt kannst du deine Käpseln voll malen. Genau. Wenn ich sie noch einstecken habe. Ja, habe ich. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ja. Ehrlich? Moment. Das blöde fließende Zeugs da. Hm. So. Jetzt sind sie alle voll. Jawohl. Raus hier. Raus hier. Oh, mir war schon ein Monster. Oh, ein Spinnenreiter. Erledigt. So. Und jetzt abgesetzt. Wir setzen da hier noch eine Fackel hin. Ich habe glaube ich nicht genügend irgendwie. Ich habe, oder doch, darf ich, äh Mann. Ich habe ja noch richtige Fackeln einstecken. Ja, ich habe schon eine Fackel gesetzt, damit wir das Loch auch wieder finden. Achtung, was von außen ist noch dran, okay. Und der Einsatz meines Lebens. Da ist mir eine ganze Skelett-Armee. Sie haben mich nicht gesehen. Ihr seht mich nicht. Au. Das war mein Arsch. Mensch. Ha, ha. Dü, 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 dü. So. Und der Lohn des ganzen Laberzellen. Einmal gestorben. Super. Wieso habe ich jetzt Laberzellen an den Füßen? Hm, egal. Muss man nicht alles verstehen. So. Die Laberzellen verwendet man nämlich dann, um hier den Lavatakt zu füllen. Dafür braucht man insgesamt vier Zellen. So. Und jetzt kommt das Spannende. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Wir haben noch irgendwo ein Buch. Mighty's Melting. Genau. Außerdem soll man mal Taschen leeren. So. Jetzt muss ich erstmal mit dem System zurechtkommen. Also hier ist ein Schwer-Symbol drauf. Das ist alles, was man gelootet hat. Richtig? Genau. Auch Pfeile? Ja, ja. Okay. Dann haben wir hier alles, was agrar ist. Da habe ich nur die Brote. Ja, und Essen. Das Essen packet, glaube ich. Aber nochmal woanders hin. Das hier ist alles Holz. Holz. Holzen hier meine Pickaxe hin. Wie ich abgemacht habe. Das kann durchaus passiert sein. Das war aber keine Absicht. Ja, ja. Das sagen so alle. Ja. Mir kannst du es glauben. so. So, Bauxit, Kupfer, Silber, Kupfer, Zinn, Zinn, Zinn. Die Quarze auch rein. Na ja, ich sehe es gerade. Dann haben wir hier noch Kohle. Charcoal noch mit rein. Ja, sehr. Kobbel, Dirt, Flint, Kobbel. So, aufgeräumter. Holz. Mein Inventar ist aufgeräumter jetzt zumindest. So, jetzt schauen wir mal. Mighty Smelting. Nach dem ersten Rezept, was wir brauchen, und zwar Alu. Uh. Uh. Wir bräuchten Aluminium, Eisen und Obsidian. Uh. Ja, das kommt später. Alu mal nicht. Ja. Mal Aluminium. Aber hast du das angeschaltet? Das wundert mich, dass wir kein Aluminium gefunden haben. Aluminium, Gravel, Ohr, haben wir auf jeden Fall da. Ah, Gravel? Ja, das passt doch. Das sage ich doch. Aber wir haben noch kein Obsidian. Dafür bräuchten wir. Mach mal, wer heißt das Ding von Terminal Expansion. Ah. Das wäre schon ein bisschen umfangreich jetzt. Ah. Ja, warte. Fünf Aluminium, zwei Eisen, zwei Obsidian. Oder wir machen uns natürlich erstmal Bronze. Aber Bronze ist, glaube ich, schlechter wie Eisen gewesen. Kannst du doch in deinem schlauen Buch gucken. Ja, ich glaube, das ist das falsche Buch, wo ich gerade gucke. Hallo, wir haben für diesen... Ignao... Ne, wie heißt der Ignao, Sextruder, alles da. Hä, ich habe keinen Redstone. Ne, der Redstone fehlt. Also, okay. Aber wir haben ja auch noch keinen gefunden, ne? Böse Sache, das. Ja, ist keine böse Sache. Aber irgendwann finden wir das schon. Gut. Oh, da draußen brennt jemand. Bisschen. Geben wir eben halt mal. Ah. Das war die falsche Käste. Ich glaube, die dir hier war es. So. Ich habe Pfeile und Knochen. Machen wir hier Mob Drops draus. Da schwimmt man auch. Das ist am Swimming Pool. Das wäre natürlich jetzt schön, das unten zeigen zu können, ne? Hm, 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 hm. Naja. Wie gesagt, mir fehlt bloß das letzte Buch. Und es ist verwunderlich, dass mir das letzte Buch fehlt. Welches? Weil normalerweise taucht das dritte Buch auf? Oder war das Materials and you? Welches hast du? Ich habe zweimal das Mighty Smelting. Witzigerweise. Ach, du hast... Hast du dir das einmal selbst hergestellt, oder was? Ja, das kriegst du auch. Automatisch. Materials and you. Aber was du machst, guck mal, ich habe hier meins in das... Die ist hier hinten gelegt. Das Buch, was dir fehlt, kannst du dir... Oh, hab ich das... Da liegt es in der Kiste drin. Und dann schmeiße ich die dann mal da rein. Und dann... Du musst... Selbst hast du da aber auch noch eins von denen, oder? Ich habe keins mehr. Das ist das gleiche Buch wie die anderen. Das ist das gleiche Buch. Leg mal alle Bücher, die du hast da rein. Ja, mehr habe ich nicht wie die drei. Ach, du hast ja das immer gemacht. Machen wir dann schnell mal eins. Mighty Smelting und Materials and you. Das ist Mighty Smelting und eigentlich bräuchte ich mal Materials and you. Normalerweise kriegst du die immer automatisch. Ja, da gebe ich dir recht. Mighty Smelting entsteht aus dem hier. Ansonsten... Warte, wir können ja uns auch selbst herstellen. Materials and you. Guck mal den Dings wieder. Bitteschön. Guck mal. Alle drei bitte. Oh. Hier die die. Warte. Kommen sie mal her. Kommen sie mal her. An den Tisch. Dann kannst du deinen Leuten das zeigen. Ah, genau. Gute Idee. So, jetzt nimmst du dir das Buch und das Buch und packst die beiden Bücher, also das einmal dieses, äh, das 1 und das normale Buch und dann kann man es kopieren. Dann habe ich Materials and you. Dann hast du dich zweimal. Genau, und dann lege ich eins wieder in die Kiste rein und einmal das eine. Und, ähm, ne, das genau nimmst du, tust du das in deinem Crafting Area da. Auf andere, das ist das nächste. Da kommt, äh, das ist ja die Judo aus, genau, okay. Ja, und jetzt hast du alle drei. Und da will ich das jetzt wohl. Ja, hier in der Kiste ist das letzte drin. Und jetzt tust du die einverwende, die nicht mehr brauchst du wieder zurück in die Kiste. Genau, gut. Dann machen wir das so. Das wird auch so funktionieren. Schauen wir uns mal die Materialien an. Hm.